Hallo meine Lieben, hier kommt der zweite Teil, die Magie des Lebens, die Magie des Glücks, die Meditation. Hole dir das Glück in dein Leben. Regeneriere dich selbst von innen und außen. So bleibt dir deine eigene Gesundheit und innere Schönheit enthalten. Wissenschaftler in New York haben festgestellt, dass Meditieren jung hält und deine Falten wegzaubern können. Gemeint sind die Falten des Lebens, die vom Minenspiel geprägt werden. Das Gesicht ist der Spiegel des Lebens und sagt alles über unseren Charakter aus. Negative Erlebnisse hinterlassen eben ihre Spuren. Die Wissenschaftler haben festgestellt und erkannt, dass durch Tiefenentspannung, also zum Beispiel Meditation, der Haut die Möglichkeit gegeben wird, sich zu regenerieren. Bei regelmäßigen Meditationen von zum Beispiel 10 bis 20 Minuten verjüngt sich nicht nur das Gesicht, sondern schützt auch vor Krankheiten und es entsteht eine Zellerneuerung. So wirst du mit Stress besser fertig. Es ist einfach zu meditieren. Suche dir eine ruhige Stelle, wo du dich wohlfühlst, wo du ungestört bist und du bei dir einkehren kannst. Sitze bequem und atme einfach durch die Nase tief ein und mit geöffnetem Mund wieder aus. Ein und aus. Schließe dabei deine Augen. So erfährt dein Körper eine angenehme Entspannung und wunderbare Ruhe. Lasse deine Gedanken fließen. Du wirst bei deinen geschlossenen Augen plötzlich einen Punkt erkennen. Auf den konzentriere dich. Dadurch kommst du in eine sogenannte Trance. Jetzt können Bilder, Stimmen und ähnliches vor deinem geistigen Auge entstehen. Deine Seele, dein Unterbewusstsein kann Fragen stellen und du bekommst Antworten. Du wirst selbst merken, wann du aus diesem Zustand in das Hier und Jetzt herausgehst. Dann öffne langsam deine Augen. Verweile noch eine kurze Zeit. Bedanke dich bei den Engeln. Erst dann kannst du zurück in deinen Alltagstrott. Sei geduldig. Du wirst sehen, es klappt. Viel Spaß. Mit viel Freude wünsche ich dabei. Herzlichst, eure Derea. Zauber, bist du zurück in deinen Alltagiband. ? Wir